Die Stiel sind hier. Die Stiel sind hier. Wie geht's? Wie geht's? Wie geht's? Gut. Okay. Nein, ich muss fragen, Chi. Ich muss fragen. Du bist der, der im Interview wird. Kröschst du mich? Kröschst du mich? Kröschst du mich? Hallo, 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 hallo. Was war Ihr ersten Verein, in dem Sie gespielt haben? Mein Stammverein ist der FC Etoile Bio. Ich wohne in Bio. Wie hast du es geschafft, so gross zu werden? Gute Frage. Das muss ich an meine Eltern fragen. Ich habe viel Gemüse gegessen. Nein, das ist Spaß. Aber ich weiss es auch nicht. Dank an meine Eltern. Hast du eine Freundin? Nein, habe ich nicht. Seid ihr schon von Kleinaufgängen Innenverteidiger gewesen? Nein, also früher war ich auch goalie. Ich bekam sogar als goalie. Und dann habe ich mich entschieden, um Verteidiger zu werden. Ja, ja. Was ist euer Lieblingsverteidiger? Also eben, Varane, aber auch Virgil van Dijk. Wie bist du darauf gekommen, Fussball zu spielen? Ja, gute Frage. Also, ich habe wirklich sehr früh auch schooten. Also, ich habe immer einen Ball auf Fuss gehabt. Okay. Und dann wollte ich Fussball spielen, wo eben Fussbauer werden. Okay. Was ist jetzt noch euer... Was wollt ihr noch schaffen? Also Champions League spielen? Oder in der Nazi? Also, mein Ziel ist zuerst bei IB ein Stammspieler zu werden. Und dann, ja klar, wie du gesagt hast, Moinisch in der Nazi A auf Boten sind. Tschüss. Sehr gut gefilmt. Sehr gut. Ja. 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 Ja.